Oh, ich mache schon wieder Pause. Ach Mensch, meins hat aber ganz schön Hunger. Papa, jetzt geht es aber mit uns beiden um die Wurst, oder? Mama kann auch noch aufholen. Ja, wenn mein Einhorn erstmal genügend gefressen hat, guck mal. Eins, zwei, drei. Ich schenke dir eins. Jetzt hat meins erstmal Hunger. Meins hatte noch keinen Hunger. Dafür bekomme ich drei. Ha, ich darf drei Felder laufen. Eins, zwei, drei. Guck mal, wie schön ist die Mama. Ganz schön weit vorne. Ja, weil ich mir auch drei nehmen darf. Eins, zwei, jup. Äh, mein armes, armes Einhorn. Immer wieder kommen Papa und ich nach vorne. Oder, Papi? Papi ist auf jeden Fall fertig. Nein, aber fertig. Eins, zwei. Aber du hast schon viel mehr Kartall als ich. Drei. Eins, zwei, drei. Ha, da verfolge ich euch. Eins, zwei. Immer wieder gelingt. Komm, ich nach vorne. Eins. Guck mal Papa, ich schenke dir eins. Eins, zwei, drei. Und zwei. Okay.